Die Aufgaben des Kühlkreislaufs sind, die Motortemperatur schnell zu erreichen, die Betriebstemperatur konstant zu halten und Überheizung zu vermeiden. Der Kühlkreislauf ermöglicht auch, den Fahrzeuginnenraum zu erwärmen. Ein schneller Einstieg der Motortemperatur wird durch den Thermostat erreicht, welcher allgemein direkt am Zylinderkopf platziert ist. Bei kaltem Motor ist der Thermostat geschlossen und das Kühlmittel zirkuliert nur im Motor. Das Kühlmittel wird durch die Zylinder und den Zylinderkopf zirkulieren und durch eine interne Leitung im Motorblock zurück zu der Wasserpumpe geführt. Ist die Betriebstemperatur erreicht, wird der Thermostat sich öffnen und gleichzeitig wird die innere Rückleitung zur Wasserpumpe geschlossen. Das Kühlmittel wird dazu gebracht, durch den Kühler zu fließen. Eine kleine Menge wird zum Ausgleichsbehälter geführt, welcher ermöglicht, das Kühlmittelvolumen im Verhältnis der Kühlmitteltemperatur zu kompensieren. Das Kühlmittel, welches durch den Kühler fließt, wird von Fahrwind gekühlt. Falls es zu wenig kühle Luft gibt, wird die Temperatur steigen und durch ein Thermoschalter, welcher im Ausgang der Kühler platziert ist, die Kühlerlüfter einschalten. Das gekühlte Kühlmittel wird über eine externe Kühlmittelleitung zu der Wasserpumpe zurückgeführt. Wenn der Fahrer die Fahrzeuginnenraumheizung einschaltet, wird ein Ventil geöffnet und das Kühlmittel strömt durch ein Eizelement. Durch die verschiedenen Stufen der Innenraumlüftung wird die Geschwindigkeit des Lüfters geregelt. Der Kühlkreislauf in schematischer Darstellung ist wie folgt. Schneller Einstieg der Motortemperatur durch eine kleine Kühlmittelmenge, die im Motor innen zirkuliert. Der Thermostat öffnet den grossen Kühlkreislauf und schließt gleichzeitig den kleinen Kühlkreislauf. Das Kühlmittel fließt jetzt im Kühler und eine kleine Menge in Expansionsgefäß. Wenn die Temperatur zu hoch ist, schaltet sich ein Lüfter ein, der das Kühlen des Kühlmittels gewährleistet. Die Temperatursteuerung öffnet ein Ventil, welches ermöglicht, heißes Kühlmittel im Heizelement zu zirkulieren. Die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit wird die Luftströmung durch das Heizelement variieren. Sprechland